Hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Kianu, zurück mit Mario Galaxy. Yeah, ich freue mich darüber. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben gesagt, wir... Äh, Maus, bleib hier. Wir machen die Herbstwaldgalaxie fertig. Und? Das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, nur danach kommt auch direkt dieser... Komm mit! Dann haben wir auch die abgeschlossene Herzklopfwaldweg. Okay. Kapier ich zwar nicht, aber egal. Das ist, glaube ich, das erste Mal in Mario Galaxy, dass ich überhaupt so viele... What the fuck? So viele Sterne habe, wie ich es jetzt gerade habe. Ich glaube, es sind 82, um genau zu sein. Lass mich da oben landen. Ach, nee, du bist ein Drecksack. So, wir müssen da hochkommen. Irgendwie, irgendwie müssen wir da hoch. Ähm, suchen wir uns einfach mal einen Weg da hoch. Wo ist die Biene? Da ist die Biene. Ich will nicht mit der Biene reden. Ich will die Zikade da prügeln. Bam! Einmal auf die Zikade und dann drauf. Läuft doch wie geschmiert hier. Hier ist eine dunkle Wolke. Ich kann nicht drauf landen. Wow. Unter der Wolke regnet. Kann ich da etwa Wassertropfen rausholen, wenn ich will, oder was? Nee. Ging nur einmal. Schade. Äh. So, zack, zack, zack. Und... So. Hier ist ja nicht umsonst, diese Blume. Ja. Okay. Ähm, dazu brauche ich den Bienen-Mario, ey. So. Einmal... Gut, was hat dir das jetzt gebracht, Zikade? Ich weiß es nicht. Äh, einmal gucken, wo ist denn Bienen-Mario hin? Vielleicht ist er hier oben. Wer weiß. Ja. Richtig gegen den Pilz. Genau. Da ist er. Da ist Bienen-Mario. Jetzt kann ich auch auf der Wolke stehen. Ich finde das geil. So. Nochmal hier dran. Ja. Eigentlich hätte ich mir das jetzt nur ja denken können. Aber nein, ich tue es nicht. Dann nochmal die ganze Chance. Uhu. Hier drauf springen und dann hier langlaufen. So komme ich. Ja. Uhu. So. Drauf gelandet. Und hier auch nochmal drauf. Und Platz. So. Einmal die Sternzeile mitgenommen und gucken. Ah. Ups. Entschuldigung. Ich verstehe, was ich hier zu tun habe. Anschwung nehmen und... Dann komme ich hier hoch. So. Dann hier. Oh, oh, oh. Wolke. Mach anständige Sachen mit mir. So. Und hier landen. Was hat die denn? Mal reden mit der. Nein. Der Wachttur wurde von Maulwurfsoldaten übernommen. Ach, die Maulwurf für mal wieder. Die könnte... Aua. Aber auch nicht lassen. Einmal einsammeln und... Kapit. Lad gehen. Und noch mehr. Und dasselbe mit... dir. Bam. Okay, da ist ein Sternteil abgerauscht. Und rüber da. Boah. Bam, 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 bam. Aus irgendeinem Grund? Naja, egal. Ich frag da jetzt mal nicht nach. So. Ah, hier. Wui. So. Hier. Und jetzt. Hier lang. Die Wolke scheint nur bis hier zu gehen. So sieht es jedenfalls aus. Und jetzt. Okay. Wow. Die Killerwolke. Hm. Auf was warte ich jetzt? Ich warte darauf. Eindeutig. Wow. Ah. Das muss weh getan haben. Ende Beine. Okay. Ha. Ha. Überlegen. 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 Da kommt... der Regen. Was ist hier wohl zu tun? Natürlich einmal hier hochspringen. Hochfliegen. Entschuldigung. Hochfliegen. Dann. Ui. Dann zack. Dann hier. Und dann hier. Wow. Die will ich alle haben. Ist ja schon mal klar. Gut. Ähm. Nochmal. So. Und hier. Das war knapp. So. Äh. Bäm. Bäm. Ich frage mich, wo ich lande. Ich werde es nicht sehen. Da oben. Nach da oben komme ich. Okay. Da hinten ist ein Schalter. Der interessiert mich jetzt. Außer uns weiß er mal. Ich will wissen, was der Schalter macht. Äh. Okay. 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 Wunderbar. Wunderbar. Der bringt mich also hier hoch. Dann kann ich dem so auf den Kopf rumspringen. Warte ich auf den nächsten Lauf. Dann mache ich wieder bumm. Dann geht das wieder hoch. Das wahrscheinlich noch zweimal. Mal. Wenn ja, dann ist das nicht schwer. Bombs. Oh, er geht in den Ausrastbonus. Und bam. Das war's. Also besonders schwer fand ich das jetzt nicht. Das war einfach. Das war einfach, einfach leicht. Und... Boah, ich hätte die Sternteile einsammeln können. Ach, ich bin nicht doof. Egal. Das passt. In einer ganz passablen Zeit, finde ich, haben wir das Level abgeschlossen. Beziehungsweise diese Mission. Und der 83. Stern. Eine Münze. Natürlich mal wieder Bestleistung. Kennt man ja nicht anders von mir. Äh. Maus. Danke. So, gibt's hier was Neues, oder? Ne, hier fehlt noch der Komet. Da will ich noch nicht rein. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal die anderen Kuppeln an. Ob in den anderen Kuppeln was Neues dazugekommen ist. Vielleicht ein Komet oder so? Hihi. Äh. Dazu gehen wir einfach mal hier rein. Und... Ich hab diese Luma-Saugen gerade für, 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 ähm... Sternenteilchen gehalten. Wee. Ist hier was Neues? Hier ist alles, da ist alles. Alles erledigt hier. Gut. Also in die Küche müssen wir schon mal nicht mehr. Küche abgehakt. Wee. Uuuuuh. Oh. Mal im Schlafzimmer gucken. Wow. Ob hier was Neues ist. Ein Komet oder so. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob ich hier alles schon hab oder nicht. Da ist auch alles erledigt. Ach, ist doch schön, wenn man sieht, dass man eigentlich alles erledigt hat. Badezimmer. Auf der Terrasse war nichts mehr, das weiß ich. Da war ich nämlich letztens einmal auf Screen drin, um zu gucken. Wir ernähren uns langsam dem Ende. Ja. Ich find das schade. Aber was soll das man machen? Das ist eben der Lauf der Dinge. Den kann man nicht berücksichtigen, genau wie diese Kamera. Kuckoo. Kuckoo. Ach was süß. Luigi. Was machst du denn hier, du alte Socke? Ich bin fix und alle. Die restlichen Power-Sterne überlasse ich dir. Ja. Egal, ich lasse diese Pilzmaschine jetzt einfach mal hier. Unbeachtet in Ruhe. Die Challenge haben wir ja alle. Was ich sehr schön finde. Ja. Ach hier hinten war nur das. Okay. Na, ich würde vorschlagen, wir haben alles. Dann müssen wir uns jetzt sogar Bowser zuwenden. Was so schnell schon wieder. Ich hab keine Lust auf Bowser. Aber was sein muss, muss sein. Also, ab zur Kreaturenfabrik. Dann schalten wir auch wahrscheinlich... Ich glaub, die letzte Kuppel schalten wir da frei. Weil hier dieser Komet will ja irgendwie noch nicht. Also, fliegen wir in die Kreaturenfabrik. Genau, in Bowser sein Auge rein. Wahaha. Otterkönig auf... Ach, hier ist schon wieder Otterkönig. Sieht interessant aus. Wir landen auf dem kleinen Ding da. Und hier ist ein Sternring drin. Also, Goomba. Das war jetzt... Komisch. Auf jeden Fall ist diese Münze im schwarzen Loch gefallen. Sehr schön. So, hier rüber. Da ist ein Extra-Leben. Sehr schön. Wo kommt der Goomba her? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der Goomba jetzt im schwarzen Loch. Und die Münze auch. Da springe ich bestimmt nicht hinterher. Denn dann wäre ich dumm. Zwei Münzen. Boah! So. Du kommst mit. Und zwar warten. Und dann hier rüber. Und dann hier rüber. Und dann... Nein. 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 Boah! So nicht. Mein Freund. Und ich will dich hier sehen. Noch komme ich nicht in Lebennot. Also, von dem... Da ist ein Homo-Pilz. Ich will den Homo-Pilz haben. Diese Plattform sinkt. Das ist nicht gut. Und jetzt rüber da. Da sind Oktars. So, da ist der Sternenring. Dann will ich in den Sternenring rein. Und so kommen wir auch schon zum Otterkönig. Baby Bowser? Wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa fürchterlich mit mir schämpfen. Da bleibt bloß eins. Meine ultimative Waffe. Auf geht's, Otterkönig! Okay. Die Schwierigkeit ist diesmal, dass die Plattformen sinken. Und sonst funktioniert der höchstwahrscheinlich gleich. Wie das letzte Mal. Aber den machen wir erst im nächsten Part. Also, das war euer Keanu. Bis zum nächsten Mal. Ciao!